Was ist das Wetter? Erstmal ein Gruß an den Battlefield-Doktor, der mich gefragt hat, wie das Wetter bei uns ist und ob wir Schnee gekriegt haben. Also letzte Woche hatten wir Schnee, ein paar Zentimeter, aber der war sehr schnell weg. Also ich war Montag sehr früh auf, um Schnee zu schippen, aber der Schnee war schon weg. Das war fast schlimmer, als Schnee schippen zu müssen. Also wie die meisten von euch schon wissen, bin ich mit dem öffentlichen Verkehr oft unterwegs. Also ich war letztens in Hanau, hab auf den Bus gewartet, mitgewartet hat auch eine junge Dame, sagen wir so, die etwas zu erzählen hatte. Ja, also das müsst ihr euch vorstellen. Also ich musste mich voll konzentrieren. Also ich war voll bei der Arbeit und da kommt Diana. Kennst du Diana? Das muss man sich vorstellen. Ich wusste nicht, dass so viele Wörter auf einmal aus einem Mund kommen könnten. Also die Diana, die kommt zu mir und die fängt an zu reden, weißt du, so wie sie ist, ne? Und die redet da irgendetwas von ihrem Meerschweinchen, also ich weiß es auch nicht, ne? Also irgendwann wurde mir bewusst, worüber sie redete. Das ist ja vollkommen bescheuert, ne? Also da wollte ich ihr wirklich eins auf die Fresse geben und sagen, jetzt hör mal endlich auf, ne? Aber das mach ich nicht, ne? Weil ich so nett bin, ne? Fünf Minuten lang nur geredet. Und die redet einfach ohne Punkt und Komma und macht einfach weiter und das kann ich ja... Das kann ich überhaupt nicht ausstehen, ne? Hätte mir nichts ausgemacht, aber... Und ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen, ne? Und die Verkäuferin, ja, wir müssen wir bestellen, ne? Und ich so, ja, und was mach ich jetzt? Die Stimme war ziemlich... Also ich brauch die Schuhe jetzt, ne? Also das ist ja vollkommen bescheuert, ne? Müh! Also das.... das ist überhaupt... das ist total... es ist hirnlos, ne? Also was denken die sich dabei, ne? Also es ist ja vollkommen bescheuert, ne? Busca... wir sind eingestiegen. Beim Einsteigen... ... hat sie weitergeredet. Also der Kevin, ne? Also den finde ich zwar ganz süß, ne? Und so weiter und so fort, ne? Also ganz süß, ne? Ganz nett, ne? Aber voll langweilig, ne? Also so langweilig! Ich weiß nicht, was ihre Freundin da gedacht hat, also sie stand einfach da. Ist alles langweilig, das ist so ein Langweiliger, also das ist mit ihm alles langweilig, ne. Während sie einfach weiter geredet hat. Und der sagt, okay der ist vollkommen süß, aber der ist trotzdem, ne, also der ist sowas von langweilig und das kann ich ja überhaupt nicht ab. Als der Bus abfuhr. Da stand ich da, ne, also einfach da, ne, und habe eine geraucht, ne. Redete sie weiter. Da kam einer so ein richtiger Spieße, ne, also so, so mit dem Anzug und so weiter und so, hm, 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 darf man hier nicht rauchen, ne. Und immer weiter. Also ich rufe die Polizei und so, Polizei, ne, ist ja vollkommen bescheuert, ne. Bis sie dann zehn Minuten später ausstieg. Also ich weiß nicht, was die Menschen da machen, also die haben überhaupt keine Rücksicht, ne, also das finde ich ja total bescheuert und total, also das ist ja, also wirklich, also das mag ich überhaupt nicht, ne. Also wie die Leute da so reagieren, die haben überhaupt keine Rücksicht auf andere Leute und das kann ich einfach nicht ab, ne, also das war vollkommen bescheuert. Also echt, also sowas kann ich nicht ab, also das war so bescheuert. Das war so. 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 Vielen Dank.